Sleepee Burra, a settlement in the fertile farmland near the mountains. Nothing ever happens here, apart from some good deeds and the odd exchange of kind-hearted greetings. A disgusting pit of Hades in other words. This is a new mission where you get a creature. And since we don't really need a creature, we go to the Hauptmission. Okay, let's move on to the menu, make a pause. Okay, we have two Keeper against us. Then I'll explain here a little bit, because if you don't have the bonus mission, if you don't have any creature, then I'll give you a little tip. Then you put up the goal right here on the裡 and build these gold right here. Then you put up the portal right here and also you start with using it. Und fangt wirklich an, relativ schnell dann die Wände hier zu verstärken, weil ihr müsst es auch hier rüber buddeln und dicht zu machen, hier rüber und sobald ihr das verstärkt habt, geht gleich nach rechts und links und versucht hier mit dieser hier unten dicht zu machen und das gleiche hier oben, versucht, dass die Mauern mit dieser einen Kante, die wir hier sehen, sozusagen, dass da die verstärkten Wände dann sind, das zeige ich euch, wie ich das meine. Und hier genau dasselbe. Und wenn ihr das dann verstärkt habt, dann könnt ihr euch zurücklehnen und diese Mission gemütlich angehen, weil, wenn wir hier Juwelen haben, so heißen wir haben unendlich Gold hier und das hat der Gegner nicht. Das ist unser Vorteil. Er ist auf diese Ressourcen, die er hier hat, beschränkt. Hat er kein Game, dann gehen alle Einheiten, die er hat, nach und nach einfach weg. Ich werde aber die Rush-Krategie versuchen, so schnell wie möglich beide Keeper ausschalten und dann mal weiter zu gucken. Okay, bevor ich jetzt hier drinnen am Reden schwinge, gehen wir gleich. Dann gehen wir hier mal eine Schlafsau einfach hin, dann hier hoch. Gehen wir gleich. Ja, okay. Gehen wir arbeiten Schau! Your gold reserves are running low! You do not have enough gold! You do not have enough gold! Any puede hustler? B kill... Tweet... You do not buy this the champion Matterport isn't paying attention This will appear pretty cool und jetzt kann ich auch hier zeigen wie ich das hier gemeint habe und baut sich hier wirklich und das gleiche und das ist dann das ganze das ganze hexenwerk hier in dieser mission da habe ich ganz zu viel gemacht dann würde ich hier sozusagen zumachen dass das das man hier dass man hier nichts zu tun haben ich weiß was The creatures are fighting amongst themselves! The creatures are fighting amongst themselves! Your gold reserves are running low! You do not have enough gold! You have tunneled into a new area! Your creatures are becoming angry! Your creatures are fighting amongst themselves! Your creatures are falling in battle! Your creatures are attacking the enemy! Your minions are winning a battle! I might be... I might be... Your creatures are under attack! Your minions are winning a battle! Your creatures are falling in battle! Your creatures are attacking the enemy! Your minions are winning a battle! 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 Your creatures are under attack! Your creatures are attacking the enemy! Your minions are winning a battle! Your minions are winning a battle! I might be... 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 your creatures are attacking the enemy! Your minions are winning a battle! Your minions are winning a battle! Hier hinten ist auch ein sehr wichtiger Raum, den wir hier haben. Auch brauchen. Ihr Minions are winning a battle. You have defeated an enemy keeper. Your creatures are attacking the enemy. A new spell has been researched. Das gefällt. Your creatures are falling in battle. Okay, das könnte doch interessant werden. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. A new rumour has been researched. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. So weit. A new spell has been researched. Your creatures are fighting amongst themselves. Your creatures are falling in battle. Your creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. Your creatures are falling in battle. My minions will leave your dungeon and crumbling through it. It is payday. Your creatures are fighting amongst themselves. What? How? How? Ich habe noch nie so ein Alchemer gehabt. Noch nie. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are fighting amongst themselves. Your creatures are under attack. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Wann ihr die eigenen Einheiten umbringt? Diesen Bug fand ich schon einmal. Da kommt immer ein bisschen mehr freundlich. Your creatures are becoming angry. Aber der ist jetzt nicht möglich. Ich werde ihn versuchen. Bei... Das kenne ich von dem eigentlich nur selten. A new spell has been researched. Your creatures are fighting amongst themselves. Könnt man... Your creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are fighting amongst themselves. A new room has been researched. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are attacking the enemy. Your creatures are attacking the enemy. Let's see how cool it is here. Ah, there I am. Yippieh! Hm. Help! 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 Weil man geht hier nämlich noch in einen anderen Zehner. Your corpse will be my minions. haha Dein Luftgewehr ist zu klein Deine Götter werden vleuker Accelerating Ein Ruhr wurde besagt hahaha Ich wollte diese Prokern Die Schreiber werden schreitzt, die Schreiber schreitzt. Das sagt irgendwas, wo wir noch mehr. Deine Kreaturen fallen in der Kampf. Mein Dungeon ist der feinste. Du sollst es sehen. Ein neues Spell wurde recherchiert. Deine Bibliothek ist zu klein. Deine Kreaturen enttäuschen den Feind. Deine Kreaturen werden wütend. Macht wie ich im Abstand, dann planieren die F.A.P. Okay. Gleich mal wieder planieren. Okay, das wird sich früher planiert. Und so kann man es eigentlich, wenn man mit dieser Strategie flirkt. Den werde ich auch nicht mehr glücklich kriegen. Oh nein, das sieht mit dieserfesten. Dicks, mit der einzige! Eineraca- Oja, ihr Schmonster haben wird lawyer overlaying. Einerabe ist die Möinhas, ein neuer não unterbrochen. Und wir wiederholen dasителей. être im König. Shhh, hier ist ein Freund. Pathetik creature, I shall crash you in an instant. A new spell has been researched. Your library is too small. Your creatures are... Your creatures are becoming angry. Your creatures are falling in battle. Your creatures are under attack. Vitae. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Accelerante. Your minions are winning a battle. Der Krug von Krieg!!! Ihr Krieg ist nicht! Ihr Minions gewinnen in der bakal! Die Krieg sind nicht gewählt! Die Krieg sind nicht ohne Schlech. Ihr Krieg im Krieg ist nicht in der Frommerksamkeit, der Krug von Krieg ist nicht in der Hand. Eine Brühe ist nicht im Krieg. Ihr Minions gewinnen in der Bälle! Ihr Krieg ist nicht nötig, die Krieg haben keinen Wettbewerb. Wenn man hier... Your creatures are falling in battle. A new spell has been researched. Your lightning is in a swamp. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Your lightning is in a swamp. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Your creatures are falling in battle. Your minions are winning a battle. Your minions are winning a battle. Your creatures are falling in battle. Cranium internal. Cranium internal. Cranium internal. Cranium internal. Cranium internal. Ihr Minions are winning a battle! Ihr Minions are winning a battle! Your creatures are under attack! Your creatures are attacking the enemy! Retail! Your Minions are winning a battle! Ausreichend! Your Minions are winning a battle! Genug Sachen haben! Your Minions are winning a battle! You boosite! You do not have enough gold! Ja, jetzt kommen wir gleich wieder drin! Your creatures are attacking the enemy! Your Minions are winning a battle! Ich bin gerade am überlegen, wo wir einen Tempel hinbauen, weil dann... Your creatures are under attack! A new room has been researched! Your Minions are winning a battle! Der Masch! Ich bin gerade am er! Ich bin gerade am Erich. Your creatures are attacking the enemy! Es ist Payday! Your Minions are winning a battle! Your Minions are winning a battle! Your minions are winning a battle! Der Masch! Ihr creatures are under attack. Your minions are winning a battle. Ihr creatures are attacking the enemy. Your minions are winning a battle. Your creatures are under attack. Your minions are winning a battle! Your creatures are attacking the enemy! Your minions are winning a battle! Your creatures are under attack! Your minions are winning a battle! Your minions are winning a battle! Your minions are winning a battle! Your creatures are attacking the enemy! Your creatures are attacking the enemy! A new spell has been researched! Your library is too small! Your minions are winning a battle! Your creatures are under attack! A door has been manufactured! I say now... Ihr Minions are winning a battle! Die Tracks will never happen! Your Minions are winning a battle! Your Creatures are in attack! Your Minions are winning a battle! Your Creatures are fighting amongst themselves! Your Creatures are falling in battle! Grainium Interno! I'm going to leave it! I'm going to delete it! I'm gonna delete it! We'll delete it very quickly. I'll delete the Dungeon now. Ich glaube, ich muss euch helfen. Ich bin jetzt ein bisschen von Buhlis. Geil! Blocken schon voll! Fall! Ja und, äh, können wir den Horn auslasten. Bitte wie unten. Einfach... ...planieren. Den, äh, wirklich... ...weg sperren. Weil das hatte ich bis jetzt noch nie. Weil ich musste den Horn bis jetzt noch nicht wegsperren. Ähm, aber ja. Ärgert mich jetzt ein bisschen. Weil es mir schon einmal genau in dieser Mission passiert. Und ansonsten eigentlich nie. Wir könnten eigentlich kurz mal hier das abbauen auch. Schnell, ein bisschen zurück. Entschuldigung. Ich bin schon mal kaputt. Er practitioner, der St lectte ist. So g aquell, wie viele schilders hier? Ja, aber... ja... Ja! Der Stech. Ihr Verlusten in Apollo! Der Stech. Das Stech. Das Stech. Der Stech. Was ist das? Wenn ich den Zauber hatte, dann hätte ich auch noch mal gewöhnt, dann würde ich das genau ausgehen. Oh nein, das ist ein Zauber, das ist ja gut. Ich weiß nicht, dass ich den Zauber da habe. Ich weiß nicht, dass ich den Zauber da habe. Okay, jetzt bin ich hart. Okay, jetzt bin ich hart. Okay, jetzt bin ich hart. Your creatures are fighting amongst themselves. Your creatures are falling in battle. Your creatures are falling in battle. You have clanked in enemy room. Okay. Eigentlich, ich kenn's eigentlich auch ein bisschen anders. Er kämpft eigentlich nur so lange, dass er fast gar kein Leben mehr hat. Und dann lässt er eigentlich noch gar irgendwas ausgehen. You have clanked in enemy room. A trap has been manufactured. Nur so, das ist jetzt auch kein Beinbruch, dass wir diesen Horny hier verloren haben. Weil der... Es war eh komisch, der hat, äh... Weil wenn man... A vampire has risen in your graveyard. A new spell has been researched. Your library is too small. Und Bonnie eigentlich... Sollte mal so aufpassen, ja? Aber ich kenn's eigentlich so, wenn man ihn in die... Hier bieten lässt. Blin! Und genau das ist eben nicht passiert. Ja. Ja, gut, mach das. Bisschen. You have clanked in enemy room. 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 Bei Süd gibt's nämlich auch nochmal. Mit Kreatur. Und dann... Und dann... Und dann... Wann trainieren wir uns halt'n neuen Horny an? Neuer Horny, neues Glück. Gut, und wir uns oben noch ein. Weil das ist wichtig, wenn man weiß, okay, es gibt hier einen Horny, wo man nochmal bekommen kann. Aber auf den sollte man aufpassen, weil so viel ist noch weiß, ist das unser einziger vor allem, den wir da haben. Aber wir können hier auch mal in der Vampir zum Beispiel mitnehmen. Vampir oder irgendwie eine andere Kreatur muss ja nicht immer in Horny sein. Und dann brauchen wir das Gold hier auch noch abnehmen. 40mms, das sollte locker reichen. Das, ja, da. Weil die Level 8er und diesen Level 9er hätte ich schon gern. Ja, jetzt haben wir schon mal ein paar Level. was man hier auch noch machen kann, dann werde ich auch noch brauchen. Ich mache das hier. Und dann drücken wir diesen ganzen Bereich auch noch auf. Dann können wir hier eine ganz große Werkstatt machen. Würde ich bei, würde ich empfehlen, wenn man langsam vorgeht, wenn man hier planiert hat, äh, besser sagen, nicht planiert, sondern verstärkt hat. Ähm, die Werkstatt wirklich so groß müssen wir möglich ist machen. Weil nämlich der erste Weg von den beiden, äh, bösen Spielern ist, hier in die Mitte und dann langsam nach unten. Weil wenn man das schon umkreist hatte und mit der Strategie arbeitet, dass man die Imps, äh, verteilt ein bisschen, setzt zum Beispiel hier einen, hier einen und hier, dann geht das auch recht flott. Man darf ihnen halt nicht, äh, noch wie wir hier gemacht haben, Bauaufträge geben, weil dann planieren die nur, dass dann verstärken, dann sage ich immer planieren, ähm, dann verstärken die nur eins oder zwei, zwei Sachen, äh, zwei, ähm, äh, stärken die nicht allzu viel und gehen gleichzeitig an die Arbeit. So heißt wirklich, ähm, drauf schauen, was, ähm, braucht man gerade dringend, äh, verstärkt. Und noch, wenn man nach dem bisschen vorgeht, ist diese Mission eigentlich, sehr einfach. Badanka, bei dir, muss man sich, wie wir, wie wir uns hier gerade rumbuddeln, wirklich überall hin. Bei dir brauchen die Schraubgurten ihre Einheiten zu trainieren und man bekommt diesen lästigen, ähm, vergiften, sauber unter und den loszubekommen von den Einheiten, das ist auch recht lästig, weil da gehen meistens mehr Einheiten drauf, wie, dass man heil, retten, fern, aber die, wenn einer, eine Kreatur, das weg hat, hier, diesen Spurspruch, und der, manche sind noch infiziert damit, entdeckt, braucht bloß, äh, hingehen und dann ist er wieder angesteckt, dann geht er direkt wieder zurück. Darum sind Drachen, äh, oder was dann die Kreaturen, die sich selber heilen können, in so ein, äh, Mission nicht schlecht. Ähm, ja, jetzt machen wir den einfach hier, jetzt machen wir hier, passen wir das dann soweit, erst mal. Ich weiß nicht, ob ich da, abhängig habe ich so, aber, ich habe hier eigentlich auch nie einen Hornny wirklich mitgenommen, weil ich diese Mission auf die langsame Art mögliche untergebracht habe. Und, ihr habt mir eigentlich immer am besten gefallen, wenn man sich in Ruhe irgendwie das alles aufbauen kann. dann bringen wir eine jungen Frau dann bringen wir Oh, die haben schon erreicht. Ah, das, ja, ähm, diese Zauberer sind stark, weil sie ihr, diese Zauberer von Rücken sind deswegen sehr stark, äh, weil sie das Reflektieren haben. Und, wenn man es wirklich drauf anlegt, müsste man eigentlich Nahkämpfer hernehmen. Und ich will euch mal zeigen, was es gut ist, Zauberer da einzusetzen. Das machen wir schnell. Dann bauen wir hier schnell was hin. Ja. Dann gehen wir hoch. Ich will jetzt auch noch zu lange warten. mein Imp here. Yippee! Your creatures are under attack. Your creatures are exibing the way. Your creatures are falling in battle. 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 Die Klingel sind in der Klingel. Nochmal dann anders. Dann würde ich sagen, wie sieht es hier? Die nächste Folge, dann haben wir unseren Vampir noch, machen ab da erst weiter, wenn wir ein paar höherleveligere Einheiten haben. Also bis dahin.